Natürlich kommen Wahlschleifen auch in Klausuren vor, zum Beispiel in diesen beiden Teilaufgaben in der Klausur vom Frühjahr 2020. Bevor wir aber zu Wahlschleifen kommen, noch ein paar allgemeine Vorbemerkungen zu Anweisungen. Ist nichts Neues, haben wir schon im Prinzip gesehen, jetzt vielleicht noch mal aus einem etwas anderen Blickwinkel. Wir haben gesehen, dass wir einfach in so ein Java-Programm Anweisungen hineinschreiben und wenn das Programm aufgerufen wird, dann werden diese Anweisungen ausgeführt. Wenn wir ein Programm haben, in das wir Fop-Bot eingebunden haben, wo wir dann Roboter laufen lassen, dann sehen wir auch in dieser World, was die einzelnen Anweisungen tun, zum Beispiel die Anweisung Move, einen Schritt im Blickrichtung vorwärts und wenn wir gleich darunter noch mal dasselbe hinschreiben ins Programm, dann kommt also der Prozess gleich danach wieder zu einem Aufruf von Move, jetzt zu einem anderen Aufruf von Move, der aber wieder dasselbe macht, mit demselben Roboter aufgerufen wird, in derselben Blickrichtung noch mal einen Schritt vorwärts. Wenn wir zur Abwechslung dann Turn Left beispielsweise aufrufen, dann geht er nicht vorwärts, sondern dreht sich und wir haben auch andere Anweisungen, zum Beispiel zur Einrichtung eines Robots und Initialisierung der Abributwerte und so weiter. Worauf ich hier hinaus will, ist, wir hatten ursprünglich erst einmal Programme, die so aussehen, wie dieses hier angedeutet, eine lineare Abfolge von Anweisungen eine nach der anderen. Und solange wir eine solche lineare Anweisung, eine lineare Folge von Anweisungen eine nach der anderen haben, ohne Kontrollstrukturen, die erste Kontrollstruktur, weil Schleife, die führen wir jetzt erst ein. Solange das Programm so aussieht wie hier, wird der Prozess einfach nur ganz stur, linear eine Anweisung nach der anderen einmal ausführen und dann zur nächsten Anweisung springen. Und wenn er mit der letzten Anweisung im Programm fertig ist, dann ist das Programm zu Ende. Und genau diese sture, lineare Abfolge wird durch Kontrollstrukturen aufgebrochen. Und wie gesagt, als erste Kontrollstruktur schauen wir uns in diesem Video die Wahlschleife an. Hier ist ein erstes Beispiel, wieder mit Robotern. Und man kann es ja eigentlich lesen, weil das Schlüsselwort While gut gewählt ist und weil auch die Methodennamen von der Robotklasse gut sprechenden Namen sind, kann man es praktisch lesen. Solange der Roboter noch Münzen hat, solange soll er immer eine Münze ablegen und einen Schritt vorwärts machen. Und in diesem Wort immer, das ich eben verwendet habe, kommt eigentlich der Schleifencharakter zum Ausdruck. Solange er noch Münzen hat, immer wieder dasselbe machen. Das können wir uns in der Forbot World natürlich auch angucken. Der Roboter, um den es geht, ist der da unten zwischen den zwei Münzen. Und der hat jetzt drei Münzen selber in seiner Münzsammlung drin. Und wir wenden jetzt die Schleife auf diesen Roboter an. Und das Ergebnis sehen Sie hier. Er hat alle seine drei Münzen in einer Linie abgelegt. Dreimal war die Fortsetzungsbedingung True. Nämlich, dass er noch Münzen hat. Zuerst hatte er beim ersten Abtesten der Fortsetzungsbedingung, hatte er drei Münzen. Beim zweiten Mal hatte er zwei Münzen. Beim dritten Mal hatte er nur noch eine Münze. Beim vierten Abtesten der Fortsetzungsbedingung hatte er keine Münze mehr. Und damit, weil die Fortsetzungsbedingung False ist, wird die Schleife abgebrochen. Und das ist auch gut so. Denn wenn wir einen Roboter ohne Münzen haben und wir wenden PutCoin auf den an, dann kann da natürlich nur ein Fehler dabei herauskommen. Wir halten also fest, was wir jetzt gesagt haben zu dieser Schleife, die Sie hier unten nochmals sehen. Wenn der Prozess in die Schleife hineinkommt, dann wird zunächst mal die Fortsetzungsbedingung da in runden Klammern abgeprüft. Wenn sie True ist, dann geht der Prozess in den Schleifenhof hinein, führt also diese beiden Anweisungen PutCoin und Move aus und geht wieder dann zurück ins Abtesten der Fortsetzungsbedingung. Ob jetzt immer noch, nachdem der Schleifenhof einmal ausgeführt wurde, ob dann immer noch Münzen da sind. Ob die Fortsetzungsbedingung immer noch erfüllt ist und wenn ja, geht er wieder hinein. Wenn nein, springt er hinter die Wahlschleife in die nächste Anweisung, die unmittelbar nachfolgt und füllt diese aus. Das können wir uns auch visualisiert vorstellen mit einem Flussdiagramm. So heißt diese Art von Diagrammen, wo wir uns visualisieren können, wie ein Prozess durch ein Programm hindurchläuft. Sie sehen hier oben links so ein kleines Beispiel mit dieser Schleife und um einige Dinge klarer herauszuarbeiten, habe ich noch eine Anweisung unmittelbar davor gesetzt und eine andere Anweisung unmittelbar danach gesetzt. Die finden Sie hier. Sie finden Anweisungen immer in solchen Rechtecken drin mit einer kleinen Beschreibung, mit einer Benennung dieser Anweisung und potenziell kommen hier vor dieser ersten Anweisung noch andere Anweisungen. Das ist hier auch angedeutet mit diesem gestrichelten Pfeil und nach dieser letzten Anweisung hier gibt es vielleicht auch noch weitere Anweisungen. Das ist hier angedeutet mit diesem gestrichelten Pfeil. Da kommt vielleicht noch irgendwas in dem Programm, ist damit gemeint. Also wenn der Prozess jetzt durch diesen Quelltext, durch dieses Programm durchgeht, dann kommt er erst einmal auf diese Anweisung hier, turn left, ja passt und geht dann weiter und kommt hier hin. Sie sehen, Bedingungen sind etwas anderes als Anweisungen, werden auch anders dargestellt mit einer Raute anstelle eines Rechtecks und bei einer Anweisung gibt es nur einen Pfeil raus weiter dann zur nächsten Anweisung oder zur nächsten Bedingung. Während bei einer Bedingung, bei dieser Fortsetzungsbedingung hier, zwei Pfeile rausgehen, die annotiert sind mit true und false, denn es liegt nun mal in der Natur einer Bedingung. Sie ist bulge, das heißt also es gibt zwei mögliche Ausgänge, true oder false. Also der Prozess kommt erst einmal in diese Anweisung, turn left, und kommt dann zu dieser Fortsetzungsbedingung, testet die ab. Falls das Ergebnis true ist, geht er hier weiter und geht einmal durch den Schleifenrumpf durch und kommt wieder zur Fortsetzungsbedingung zurück. Falls die Fortsetzungsbedingung jetzt immer noch true ist, wieder dasselbe, er geht einmal durch den Schleifenrumpf durch. Sie sehen jetzt, dass das Wort Schleife oder das englische Wort Loop gar nicht mal so schlecht gewählt sind, denn genau so sieht es ja hier aus, dass er durch so eine Schleife hindurch läuft. So, irgendwann ist dann mal die Fortsetzungsbedingung nicht mehr true, sondern false. Dann springt er zu dieser Anweisung stattdessen hin, das ist die erste Anweisung nach der Wahlschleife für die aus und gegebenenfalls dann noch weitere Anweisungen, falls noch welche da sind. Falls keine weiteren Anweisungen im Programm mehr da sind, wie gesagt, ist das Programm zu Ende. Ein wichtiger Punkt ist, dass wir solche komplexen Konstrukte wie Wahlschleifen immer auch abstrahiert zusammengefasst sehen sollten. Das wird wichtig, wenn die Programme komplexer werden, wenn wir vielleicht aus solchen komplexeren Konstrukten wie hier diese eine Wahlschleife dann noch komplexere basteln und so weiter, dass wir dann schrittweise in unseren Gedanken immer abstrakter werden. Also so eine Wahlschleife, wie Sie sie hier oben links nochmal sehen, kann aufgefasst werden als eine einzelne Anweisung, wo es von der vorhergehenden Anweisung ein Pfeil reingeht. Und wenn die Wahlschleife wie die andere Anweisung zu Ende ist, gibt es mit einem anderen Pfeil dann den Weg zur nächsten Anweisung. Und es bietet sich an, hier jetzt zu versuchen, eine abstrakte Beschreibung dessen, was diese Wahlschleife leisten soll, hier reinzusetzen. Als Orientierung, wenn man auf das Flussdiagramm schaut, dass man sofort sieht, was soll diese Wahlschleife eigentlich sagen. Was soll sie tun? Das Ganze kann man auch abstrahieren vom konkreten Beispiel. Dann reden wir eben nicht mehr von irgendeinem Methodenaufruf oder irgendwas hier, sondern von der unmittelbar vorhergehenden, beziehungsweise unmittelbar folgenden Anweisung. Von der Fortsetzungsbedingung hatte ich ja immer schon gesprochen und vom Schleifenrumpf habe ich auch immer schon gesprochen. Hier sehen Sie nochmal die Abstraktion wie eben die Zusammenfassung. Der Schleifenrumpf kann natürlich aus einer großen Anzahl von Anweisungen bestehen, aber hier in dieser Abstraktionsgrad verstehen wir diesen Schleifenrumpf zusammengefasst als eine einzelne Anweisung, die eben entsprechend eine sehr komplexe Aufgabe mehrfach in der Schleife zu erfüllen hat. Und auch wenn wir uns von dem konkreten Beispiel lösen und Wahlschleifen abstrakt betrachten, können wir genauso wieder die gesamte Wahlschleife als eine einzelne Anweisung in einer linearen Abfolge von Anweisungen verstehen. Es gibt auch noch weitere Möglichkeiten, zum Beispiel diese, um sich klar zu machen, wie Wahlschleifen funktionieren. Oben links sehen Sie nochmal so ein Beispiel einer Wahlschleife mit einer unmittelbar vorangehenden Anweisung und einer unmittelbar darauffolgenden Anweisung. Und hier sehen Sie eine recht einfache Kunstsprache, keine richtige Programmiersprache, sondern eher im umgangssprachlichen Deutsch, angelehnt an reale Programmiersprachen, aber eben hier umgangssprachlich. Und Sie sehen das einzige, was wir hier als Mittel haben, um den Programmfluss vom ersten, zweiten, dritten bis zur siebten Anweisung diese lineare Abfolge, die Anweisung abzuarbeiten, um das zu, um das aufzubrechen. Sehen Sie nur die Möglichkeit für Sprünge, einerseits unbedingte Sprünge. Wenn das Programm, der Prozess zur Anweisung Nummer 6 kommt, dann springt der Prozess zur Anweisung 2 und führt dann als nächstes die Anweisung 2 wieder aus und geht weiter. Hier sehen Sie einen bedingten Sprung. Falls das, was in Anweisung 2 evaluiert wurde, falls das zu False kommt, dann wird von 3 nach 7 gesprungen, aus der Schleife raus in die unmittelbar darauf folgende Anweisung. So, dann können wir hier nochmal durchgehen. Wie sieht der Durchlauf durch seine Wahlschleife aus? Also erst einmal die unmittelbar davor kommende Anweisung wird ausgeführt, dann kommen wir zu der Fortsetzungsbedingung. Und wenn die Fortsetzungsbedingung False ist, dann wird aus der Schleife herausgesprungen zur unmittelbar folgenden Anweisung, korrekt. Das ist exakt das, was wir bisher auch gesehen haben. Falls das Ergebnis nicht False ist, also falls das Ergebnis True ist, wird nicht gesprungen. Und wenn nicht gesprungen wird, dann wird einfach weitergegangen in der Reihenfolge mit der Anweisung 4, wenn die fertig ist mit der Anweisung 5, wenn die fertig ist mit der Anweisung 6. Hier wird dann, wie wir schon gesehen haben, dann zu 2 gesprungen. Das heißt also, der Schleifenrumpf ist ja hier zu Ende und danach gibt es einen unbedingten Sprung zur Fortsetzungsbedingung. Auch das entspricht unserem Verständnis der Wahlschleife. Auch das können wir natürlich wieder abstrakt weg von dem konkreten Beispiel betrachten. Hier habe ich mir die Freiheit genommen, den Schleifenrumpf mit 3 Anweisungen zu füllen, die ich aber auch nicht weiter spezifiziert habe. Da sehen Sie im Vergleich links oben, wie wir es aus Java kennen, jetzt kennengelernt haben und rechts unten in unserer umgangssprachlichen Kunstsprache genau dieselbe Struktur, wie wir sie eben auch hatten. Damit sind wir eigentlich mit der Wahlschleife durch. Es gibt noch eine Variation der Wahlschleife in Java und auch in vielen anderen Programmiersprachen. In Java nennt man das die Du-Wile-Schleife und Sie sehen hier den Unterschied auf dieser Folie zur Wahlschleife. Hier oben sehen Sie jetzt ein Beispiel mit einer Du-Wile-Schleife und hier unten rechts sehen Sie äquivalenten Java-Code mit nur der Wahlschleife. Keine Du-Wile-Schleife, die müssen wir uns erst mal erklären, was die tut. Aber Wahlschleife wissen wir schon, was die tut. Können wir also zur Erklärung der Du-Wile-Schleife heranziehen. Und da sehen Sie den Unterschied, bei einer Wildschleife kann es passieren, dass beim ersten Abtesten der Fortsetzungsbedingung schon False herauskommt. Das heißt, dass also kein einziges Mal der Schleifenrumpf durchlaufen wird. Also wenn ich zum Beispiel mit einem Roboter in unsere Standardbeispiel der Wildschleife hineinkomme, der gar keine Münzen hat, dann ist schon beim allerersten Abtesten der Fortsetzungsbedingungen das Ergebnis False und es wird gleich aus der Waldschleife wieder rausgesprungen, ohne dass auch nur ein einziges Mal der Schleifenrumpf ausgeführt wird. Das ist auch gut so, denn wenn der Roboter gar keine Münzen hat, dann soll er natürlich nicht in den Schleifenrumpf, soll der Prozess nicht in den Schleifenrumpf gehen und nicht ein einziges Mal Putcoin aufrufen. Jetzt sehen Sie den Unterschied zur Duval-Schleife. Da wird mindestens einmal der Schleifenrumpf ausgeführt, bevor zum ersten Mal die Fortsetzungsbedingung abgeprüft wird. Das heißt also, wir riskieren hier, dass die Ausführung des Schleifenrumpfs vielleicht ungeschickt ist, weil die Fortsetzungsbedingung nicht erfüllt ist. Das heißt also, nur in bestimmten Situationen, zum Beispiel hier, nur in Situationen, wo wir genau wissen, dass der Roboter zu Beginn mindestens eine Münze hat und das wissen wir hier durch die Initialisierung mit neun Münzen, in solchen Situationen können wir die Duval-Schleife verwenden, wo wir wissen, dass mindestens einmal der Schleifenrumpf ungefährlich durchlaufen werden kann. So, also was hier passiert ist, oben links, erst wird der Roboter eingerichtet, dann kommt der Prozess in die Schleife, führt einmal erstmal den Schleifenrumpf aus und kommt erst dann zum ersten Mal zur Fortsetzungsbedingung und wenn die erfüllt ist, springt er wieder an den Anfang der Schleife, führt wieder den Schleifenrumpf aus, kommt wieder zur Fortsetzungsbedingung und wenn die Fortsetzungsbedingung nicht erfüllt ist, wird von hier aus direkt aus der Schleife rausgesprungen zur nächsten Anweisung. So kann man sich das dann die Duval-Schleife vorstellen, wieder im Flussdiagramm. Ich überspringe jetzt mal die Darstellung des Flussdiagramms in einem Beispiel und gehe gleich zum abstrakten Form des Flussdiagramms hin, wo nur noch von Fortsetzungsbedingungen und Schleifenrumpf und so weiter die Rede ist und Sie sehen, hier ist der Unterschied zwischen der unmittelbar vorgehergehenden Anweisung und der Fortsetzungsbedingung wird nochmal eine Kopie dieses Schleifenrumpf, den wir eigentlich da unten in der Schleife haben, ausgeführt. Und auch das können wir natürlich wieder, genauso wie der Wahlschleife, zu einer Anweisung zusammengefasst, als solche Anweisung zusammengefasst betrachten, in einer solchen linearen Abfolge von Anweisungen wieder. Also bei Anweisungen, die du mit diesen Schleifen gibt, wir sehen uns ein, und von Fortsetzungen und den Schleifenrumpf mit dieser Anweisung und die Schleifung im Akkundigen, Die Aufstiegene Anweisungen in der Schleife von Anweisung ein, das ist zu schlafen, wie der Schleifung im Betracht im Vorstellungsblatt. Gerade von den Schleifungsprozess muss man eine Anweisung Vielen Dank.